Was ist das? Ramsauer hat versagt. Was ist das? Ach, da muss ich einmal schauen. Was ist das? Das ist ein Foto aus der Vergangenheit. Ach so, es geht um den Nord-Ostsee-Kanal. Aha, und der Ramsauer hat den stillgelegt. Das ist ja was. Und er hat auch noch einen Sprecher. Da muss ich mal schauen, wie der Horst... Der Horst Enag Ferkelmann. Na, 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 Entschuldigung. Enag Ferlemann. Und der hat gesagt, diese Schweinerei von Stilllegung dauert, soll noch sieben Jahre dauern. Noch sieben Jahre fahren dann keine Schiffe mehr auf dem Kanal. Na, gute Nacht, Deutschland. Dazu muss ich jetzt was sagen zu dem Herrn Ramsauer, gell? Sieben Jahre, so sein Sekretär, der Herr Enag, Enag, wie spricht man das aus? Enoch Ferkelmeier, Verferlemann, ach, den Namen, ich kann den nicht behalten, ich habe schon... Gedächtnisstörungen. Also, der will jetzt verursachen, dass der Kanal über sieben Jahre Schwierigkeiten hat, dass da ein größeres Schiff fahren soll. Das muss man sich ja mal in den Kopf hereinholen, diesen irrigen Gedanken, nicht wahr? Aber, das sind die Bayern. Das kann man schon sagen, der Herr Ramsauer kommt aus dem tiefen Süden. Da gibt es auch noch Urwälder. Und dieses Urwald-Gedanken... Diese Urwald-Gedankengänge haben ihn veranlasst, jetzt den Nord-Ostsee-Kanal stillzulegen. Ja, so ist es, nicht wahr? Also, Herr Ramsauer, quirti!